Musik Trotz Corona und Ausgangssperre sind wir nicht allein. Der Bund Specht besucht uns jeden Tag. Morgens um 10, mittags um 2 und abends um 6. Er liebt das Futter im Vogelhäuse. Musik 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 Ein weiterer Besucher ist der Grünspecht. Er sucht sich sein Futter lieber in der Wiese. Musik Musik Jetzt entdeckt er das Wasser in der Pfanne. Ob man das wohl trinken kann? Es schmeckt ihm wohl nicht. Musik 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 Musik